Kein Bock mehr auf Laufbahnen und Kniebeugen im Gym? Dann versuch es doch mal mit Calisthenics. Tan ist deutscher Meister im Freestyle Calisthenics und er gibt dir jetzt drei Übungen mit an die Hand, mit denen du auch so etwas irgendwann mal hinkriegst. Übung Nummer 1, der Pusher. Hände schulterbreit positionieren und einmal in die Liegestütze. Übung Nummer 2, um den Rumpf zu stabilisieren, die Bauchmuskeln zu trainieren, der Plank. Ihr positioniert die Unterarme unter der Brust, Spannung in den Korps und schön atmen und so lange halten, wie es geht. Letzte Übung, der Klimmzug. Das wird eine kleine Challenge sein. Versucht so sauber, wie es geht, euch so hoch wie möglich zu ziehen und langsam wieder runter zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020